Es war eine dunkle und nicht ganz so stürmische Nacht. Alles war ruhig in der kleinen verschlafenen Stadt. Da wusste es noch niemand, aber merkwürdige Dinge würden passieren. Aha! Hey, du da! Habe ich dich endlich erwischt! Ich habe dein Spiel von Anfang an durchschaut. Ich wusste die ganze Zeit, dass du es warst. Ich, Petti-Schnüffelnase, geniale Detektivin, habe wieder einen Fall gelöst. Oh, Boris, ist sie nicht einfach unglaublich? Ja, unglaublich. Der Fall der verschwundenen Freundin. Als es hier ankam, habe ich angefangen, es zu lesen und kann einfach nicht aufhören. Es ist nur schon lange Schlafenszeit. Oh, das tut mir leid, Boris, aber hör dir mal dieses Kapitel an. Auf die dunkle und nicht ganz so stürmische Nacht folgte ein heller und ganz und gar nicht stürmischer Tag. Durch meinen scharfsinnigen Geist konnte ich, Petti-Schnüffelnase, geniale Detektivin, den Verdächtigen stellen. Oh ja, das sieht fantastisch aus, fantastisch. Das sieht wunderschön aus. Das wird eine glorreiche Glimmerbärenernte dieses Jahr. Oh, oh, oh je. Das ist ungeheuerlich. Das kann doch nicht. Unmöglich. Aber es ist wahr, wirklich rätselhaft. Mysteriös. Himbeertörtchen, Bonny, Orangella, es ist Zeit loszugehen. Was für ein bärig schöner Tag, um schwimmen zu gehen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wow. Wartet mal kurz. Wo ist denn Bonny? Wo auch immer sie ist, hier jedenfalls nicht. Jetzt, wo du es sagst, in letzter Zeit kommt sie selten mit uns mit. Ja. Ich wollte gestern mit ihr zusammen Mittagessen, aber sie hat angerufen, um unser Treffen auf nächste Woche zu verschieben. Bei mir auch. Sie rief an, um ihren Friseurtermin abzusagen. Bonny? Ähm, Bonny? Ah. Hallo, Emily. Himbeertörtchen, kommt doch rein. Ihr seid genau rechtzeitig gekommen, um mir zu helfen. Schön, dass wir... ...helfen wollen. Was ist denn mit deinem Buchladen passiert? Ich bin dabei, Platz zu schaffen für die Patti-Schnüffelnase-Bücher, die ich bestellt habe. Eigentlich gehören sie zu den Kriminalromanen. Andererseits könnte ich auch ein paar Ausgaben zu den Bestsellern stellen. Ich weiß ja, dass es sowieso Bestseller werden. Wo sind denn deine anderen Bücher? Kein Platz, die musste ich aussortieren. Jetzt führe ich nur noch Patti-Schnüffelnase-Kriminalromane. Ich lese ja auch nichts anderes. Bonnie, Krimis sind ja auch sehr spannend, aber... Eigentlich liebst du doch alle möglichen Bücher. Du liebst es, neue Dinge zu lernen. Aber die Krimis von Patti-Schnüffelnase sind die besten Bücher, die mir seit Jahren untergekommen sind. Und sie ist so eine fantastische Detektivin. Ich wünschte, ich wäre auch so klug. Du bist doch klug, Bonnie. Und wie sie sich an jede winzige Kleinigkeit erinnern kann. Tja, von der Gabe könntest du tatsächlich auch ein wenig gebrauchen. Weil du schließlich unsere Verabredung zum Schwimmen heute vergessen hast, nicht wahr? Oh nein, das war heute? Das tut mir wirklich leid, Mädels. Aber ich würde gerne erst die ganzen Bücher einsortieren. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Morgen machen wir eine Wanderung. Ich werde da sein. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Nur heute habe ich so viel zu tun. Okay, komm, wir gehen, Himbeertörtchen. Emily, Himbeertörtchen! Kommt schnell! Kommt mit! Herr Bärchen! Was ist? Kannst du uns nicht einfach sagen, was los ist? Wenn ich es euch erzähle, würdet ihr es mir nicht glauben. Ihr müsst es schon sehen. Von euren eigenen Augen. Oh, was denn sehen? Das. Dort. Was ist denn mit dieser Glimmerwehre passiert? Sie hat die seltene, die ungewöhnliche und rätselhafte Karoitis punctiotus. Wasitis veriotus? Karoitis punctiotus. Das ist eine Krankheit, bei der die Blätter einer Pflanze Karomuston Punkte bekommen. Oh, ist das schlimm? Es ist jedenfalls nicht gut. Und aus modischer Sicht gesehen, ist das erst recht schrecklich. Was ist die Ursache dafür? Das ist ein Rätsel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es könnte an einem Vitaminmangel liegen. Aber welches Vitamin fehlt, weiß ich nicht. Beschädigt es die Glimmerbeeren? Nicht, dass ich wüsste, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Oh, kannst du denn irgendwas tun? Vielleicht könnte ich eine extra spezielle Vitaminpflanzen-Dünger mixen. Ja, natürlich. Das ist es. Wunderbare Idee. Ich muss los. Tja, wir sollten mal los zum Teich, wenn wir heute überhaupt noch schwimmen wollen. Ja, du hast recht. Lasst uns mal kontrollieren, ob wir alles haben, was wir brauchen. Essen? Ist da. Ferngläser? Oh, auch da. Wanderkarten? Nicht da. Bonnie sollte die mitbringen. Sie hat vergessen, sie mitzubringen. Sie hat vergessen, sich mitzubringen. Oh, Bonnie, nicht schon wieder. Hm. Lasst uns zu ihr gehen und sehen, was sie auffällt. Bonnie? Hast du unsere Wanderung vergessen? Bin? Detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie? Bist du da drin? Hallo? Hey, du da. Bonnie? Detektivin Bonnie. Wie sehe ich aus? Wie... Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Mhm. 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 Nun gut. Mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr... eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Fernleser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was sind für Wanderkarten? Na, die, die du mitbringen solltest. Ups. Ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut. Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid. Wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins. Deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Äh, ist es nicht Patty-Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty-Schnüffelnase-Bücher auch total. Aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr mich fragt, steigert sich Bonnie viel zu sehr in diese Patty-Schnüffelnase-Krimis rein. Wisst ihr was? Wir könnten ja versuchen, einen wirklich neuen und absolut interessanten Pflanzentypus mitzubringen. Das wird sich vielleicht an ihre anderen Hobbys erinnern. Meinst du etwa sowas wie das? Was ist das? Oh, nein. Das nennt man Karoitis punctiotus. Und es breitet sich aus. Oh ja, das tut es. Mein extra spezieller Vitamin-Pflanzendünger hat nicht funktioniert. Heißt das etwa, dass vielleicht bald alle Pflanzen so aussehen? Ich befürchte, das stimmt. Und ich weiß nicht, was man dagegen unternimmt. Oh, wie wäre es, wenn wir alle Pflanzen, die in der Nähe stehen, entfernen? Damit es sich nicht ausbreiten kann. Äh, ja, ja, ja. Das könnte funktionieren. Puh, danke für eure Hilfe. Herr Bärchen sagt, dass das vielleicht unser Problem löst. Puh, das war ganz schön viel Arbeit. Und es wäre leichter gewesen, wenn wir etwas Hilfe von, ihr wisst schon, wem gehabt hätten. Ja, du hast recht. Was haltet ihr davon, morgen was Lustiges zu unternehmen? Als Belohnung für die harte Arbeit? Vielleicht ein schönes Picknick auf der Wiese? Das klingt toll. Aber jetzt gerade brauche ich erstmal ein Nickerchen. Ein ganz langes Nickerchen. Wir sehen uns morgen. Guten Nacht. Schlaft gut. Treibt schön. Bonny, du da. Ich stehe kurz davor, das Rätsel zu lösen, wieso diese Blumen ihre Blüten schließen. Vielleicht sind sie ganz traurig. Vielleicht schämen sie sich ja auch. Ähm, vielleicht, weil es dunkel wird und Blumen nun mal nachts ihre Blüten schließen. Aha. Sie tun das, weil es dunkel wird und Blumen nun mal nachts ihre Blüten schließen. Dieses Rätsel ist gelöst. Wenn du mit diesem Rätsel fertig bist, hast du denn eventuell Zeit für ein anderes? Aber natürlich, klar. Was ist es denn? Nein, nein, nein. Sag es nicht. Das Rätsel um das rätselhafte Rätsel. Was könnte es sein? Wieso sollte ein Rätsel rätselhaft sein wollen? Und was würde Emily überhaupt rätselhaft finden? Ich könnte dir ja einen Hinweis geben. Du da! Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau das ist dir das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punkte-Muster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen. Mithilfe deiner Bücher. Nein, 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 nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt. Hm. Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Äh. Aha. Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty-Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hierbleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punkte-Muster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Oh! Äh. Äh. Bonnie? Ja. Aha. Du da. Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Äh. Was getan? Na, Karos und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Äh. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht. Ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha. Ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß. Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unheul, der keinerlei Geschmack hat. Hä? Oh nein. Was wollen wir denn jetzt wegen Bonnie unternehmen? Sie hat gar keine Zeit mehr für uns. Und selbst wenn sie doch Zeit hat, ist sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie tut so, als wäre sie Patty Schnüffelnase. Ja, ich glaube... Jetzt habe ich gerade eine Idee. Hört zu, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ihr müsst folgendes tun. Es gibt noch ein Rätsel, Bonnie. Eins, das uns alle total überfordert. Na ja, eigentlich arbeite ich noch an dem Karos- und Punkterätsel, aber ich denke, ich kann noch eins dazwischen schieben. In dem Buch, die rätselhaften Maulbärenrätsel, hat Patty Schnüffelnase zehn Fälle auf einmal zu erledigen und sie hat alle gelöst. Sie ist einfach so großartig. Also du da, was ist das für ein Rätsel? Na ja, es ist sozusagen ein Fall einer vermissten Person. Aha! Warum verschwindet eine Person? Patty Schnüffelnase würde sagen, ich muss ein paar Hinweise sammeln. Diese vermisste Person. Wurde sie etwa eine Weile nicht gesehen? Ja, so kann man das sagen. Aha! Ich wusste es! Und was ist ihre Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe? Äh, blau. Wenn heute Mittwoch wäre. Heute ist Mittwoch. Wo würde ich diese Person an einem Mittwoch finden, wenn sie nicht verschwunden wäre? Äh, vielleicht im Café? Beim Buchclub. Rede nicht weiter. Die vermisste Person ist schon so gut wie wiedergefunden. Ihr fragt euch sicher, warum ich euch hierher bestellt habe. Vielleicht, ähm, weil hier heute Buchclub ist? Und darüber hinaus? Du hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha! Fast! Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein, wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was, äh, für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitiv Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffin. Aha! Was ist mit Hobbys? Oh, ähm, ja, äh, oh, sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon. Mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... Ich selber. Na, ehrlich. Ja, genau. Du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja. Ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit. Kommt mit in den Bärenhain. Seht doch nur, seht. Karoitis Punktiotus hat alles befallen. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist so schlimm wie ein Fluch. Und seht her, das ist doch nicht genug. Was ist passiert? Deine Glimmerbärenfunken haben nicht gehalten. Genau. Und wenn die Funken nicht haften bleiben, können die Glimmerbären auch nicht geerntet werden. Aber wenn wir die Glimmerbären nicht ernten können... Oh, dann haben wir keinen Strom für die Stadt. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Aber was soll das denn sein? Vielleicht weiß Bonnie einen Ausweg. Wie ich? Du könntest doch in deinen Büchern ein bisschen recherchieren. Ich bin mir bärig sicher, du findest einen Weg, die Karoitis Punktiotus zu stoppen. Ich kann's ja versuchen. Ich kann's ja versuchen. Da gebrauchen wir ein halbes, klitzekleines bisschen von dem da. Ja, 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 genau, das ist ja klar. Und in dem Buch steht, wir benötigen ein Viertel etwas davon. Ich muss noch mal kurz meine Notizen durchgehen. Ja, und in dem Buch, auf Seite 324, da muss es stehen. Und schließlich noch ein wenig hiervon. So, das sollte alles sein. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Habt noch etwas Geduld. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Es ist wirklich wahnsinnig schön, dich zu sehen. Schön, wieder zurück zu haben, Bonnie. Schön, wieder zurück zu sein. Ich denke, so eine tolle Detektivin war ich nun auch wieder nicht. Du warst eine bärig gute Detektivin. Aber eben noch eine viel bessere Freundin. Und das ist kein Rätsel. Habt ihr schon den neuen Bären-Shake probiert? Der ist köstlich. Ach, übrigens, wo ist eigentlich Emily? Hallo, ihr Lieben. Hi, Emily. Hallo, Emily. Oh, bin ich zu früh? Pünktlich auf die Minute, aber ich hinke etwas hinterher. Warte kurz. Entschuldige, Bonnie, kannst du dich da drüben hinsetzen? Setz dich bitte hier hin. Die? Ja, danke sehr. So, jetzt können deine Nägel erst mal einweichen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich gar keine mehr. Ich wünschte, ich könnte schneller frisieren und die Nägel machen. Ausgerechnet heute dürfen wir doch nicht zu spät kommen. Zitronella, du bist nicht nur die Schnellste, sondern auch die Beste. Ja, das ist ja ich auch. Dankeschön, Dankeschön. Ich mach doch nur meine Arbeit. Und das tust du vortrefflich. Dank dir werden wir alle bei der großen Eröffnung von Herrn Raupelius' Crockett Club fantastisch aussehen. Was ist das eigentlich genau, Crockett? Naja, das ist so ähnlich wie Golf, aber mit Radtoren statt Löchern, das macht Spaß. Das ist so ähnlich wie Golf, aber mit Radtoren. Könnte der neue Look für uns sein? Bist du mir so leid? Okay, ich treffe mich. Ich hab gleich Platz. Ich hab gleich Platz. Okay, halt still. So, ich hab... Nein, das ist doch super. Sieht echt toll aus. Du hast noch nie besser ausgesehen. Ich liebe es. Ja, ich auch. Warte, warte, warte. Perfekt. Oh, danke sehr. Hä? Oh, ich glaube sie klemmt. Sie klemmt nicht. Sie ist abgeschlossen. Oh nein, das ist meine Schuld. Wir sind zu spät und Herr Raupelius hat uns ausgesperrt. Ich denke nicht, dass er das tun würde, nur weil wir zu spät sind. Hm. Fläumeli? Himbeertörtchen? Könnt ihr mir eine Räuberleiter machen? Natürlich. Bitte schön. Also, oh nein, das geht so nicht. So, und jetzt dieses hier. Oh, das ist ja auch zu lang. Oh nein. Mädels, jedenfalls ist er da. Und was tut er? Ähm, entschuldigen Sie bitte, Herr Raupelius. Oh. Okay, lasst mich bitte runter. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist meine Schuld, dass wir zu spät kommen. Oh, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Fräulein Zitronella. Die Eröffnung meines Crocket-Clubs muss leider nun, ja, leider, verschoben werden. Muss verschoben werden? Wieso denn? Oh, sie muss verschoben werden, weil, das ist mir überaus unangenehm, weil der Rasen wirklich unmöglich aussieht. Beschämend. Das ist so beschämend, oder? Der sieht doch bärig gut aus. Sieht wirklich einlagend aus. Ja, finde ich auch. Wie spielt man das? Das wird Spaß machen. Ich nehme blau. Kannst du mir erklären, wie es geht? Wir versuchen abwechselnd unsere Bälle durch diese Tore zu schlagen. Aber der Rasen ist uneben. Wenn man den Ball über etwas dermaßen Holpriges schlägt wie diesen Rasen, dann... Ich kann mir gar nicht ausmalen, wo das enden würde. Es tut mir leid, Freunde. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass ich leider, leider erst später eröffnen kann. Wir können Ihnen helfen, den Rasen in Form zu bringen. Ja, ich kann ziemlich gut mit einer Schere umgehen. Das machen wir gerne. Ja. Oh, danke sehr, ihr Lieben. Aber Hilfe ist schon unterwegs. Oh, hallo. Meine lieben Bärchen. Dankeschön, dass ihr zu meiner Rettung kommt. Hey, danke sehr. Das machen wir mit Links. Es ist uns beginnt. Siehst du, Zitronella, jetzt waren wir doch nicht zu spät. Ja, aber nur, weil die Eröffnung verschoben wurde. Es wäre trotzdem okay gewesen. Nein, gar nicht. Ach, Quatsch. Hey, was haltet ihr von einem Picknick am Teich? Ich liebe Idee an. Okay, los geht's. Zitronella? Das ist ein toller Plan. Aber da wartet noch Arbeit auf mich in meinem Salon. Aber alle deine Kunden machen ein Picknick. Es ist keiner da, der verschönert werden muss. Doch, mein Salon muss verschönert werden. Ich möchte, dass alles etwas reibungsloser läuft, sodass jeder schneller gestylt werden kann. Okay, ich lasse dir was vom Essen übrig. Dankeschön, Emily. Vielen Dank. Hm, der neue Salon-O-Mat macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und Style schneller, als man es sich je gewünscht hat. Deine Kunden werden dich lieben. Aber was denn für eine Überraschung? Das weiß ich doch auch nicht. Zitronella hat mir nur gesagt, dass wir alle zur Wiedereröffnung ihres Schönheitssalons kommen sollen. Wiedereröffnung? Was meint sie damit? Willkommen in meinem neuen Salon. Hier seid ihr schneller wieder raus, als ihr Hallo und Tschüss sagen könnt. Wow. Ähm, was ist das? Das ist der absolut neue Salon-O-Mat. Macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und Style schneller, als man es sich je gewünscht hat. Also, wer will zuerst? Weißt du, ich denke... Äh, klar. Ich werde es versuchen. Okay, also, setz dich da hin. Genau so. Und was soll ich jetzt tun? Na gar nichts. Der Salon-O-Mat macht alles ganz allein. Willkommen im Salon-O-Mat. Bist du bereit? Eine neue Frisur im Lumpf, ein neues Lumpf. Zitronella, das ist der absolute Wahnsinn. Genauso wie du es machst. Danke schön. Diese neue Erfindung ist großartig. Wo hast du sie her? Dort habe ich sie bestellt. Wer ist die nächste? Au, ich bin zuerst. Bitte, bitte, bitte. Unglaublich. Sogar die Sirup-Spritzer sehen gleich aus. Wirklich erstaunlich. Sie sind alle identisch. Ja, dank des neuen Wunderwaffeleisens. Der schnelle Freund des Kochs. Wow. Wo hast du das denn her? Habe ich da bestellt, wo der Salon-O-Mat herkommt. Ratet mal, was ich jetzt gerade tue. Hallo, Bonnie. Was du jetzt gerade tust? Ähm, stehen? Äh, mit deinen überaus talentierten Freundinnen etwas Zeit verbringen? Hm, eine Waffel essen? Ich nehme eine. Ja, ich mache das alles. Und gleichzeitig reinige ich meine Buchhandlung. Du meinst, dann heute Nachmittag? Nein, genau jetzt. Mein neuer automatischer Putz-O-Mat macht sauber, während ich weg bin. So ist mein Laden blitzblank und ich muss nichts tun. Und ich habe genügend Zeit, meine Buchkritiken zu schreiben. Oh, kann ich ihn mir mal ausleihen? Jederzeit. Entschuldigt mich kurz. Hallo? Hi, Citronella. Oh, wir sind gerade alle bei Bonnie und bestaunen ihren neuen Putz-O-Mat. Hey, äh, braucht vielleicht jemand, naja, ein Haarschnitt, Maniküre, irgendwas? Haarschnitt? Äh, Maniküre? Alles, Citronella? Nein, alles bei uns. Nein, nein, wir brauchen nichts. Hä? Oh! Ja! Okay, also dann, bis später. Wir sehen uns. Hey, Emily, was kann ich für dich tun? Eine neue Frisur oder Maniküre? Oh nein, ich wollte nur mal sehen, ob du deine Freizeit genießt. Weißt du, es ist schon ganz nett, aber irgendwie ist mir langweilig, weil ich hier nichts zu tun habe. Ich möchte so gern nützlich sein. Kann ich dir vielleicht im Café helfen oder so? Aber gern. Ratet mal, was ich gerade tue. Äh, du trinkst ein Smoothie? Und? Ich ahne, was kommt. Ich putze meinen Laden. Kann ich mir den Putz-O-Mat auch ausleihen? Aber natürlich. Also, wie schmecken die Smoothies? Einfach köstlich. Wie findet ihr sie? Lecker. Ein satter Fruchtgeschmack. Du bist ein Naturtalent. Ah, ich finde, deine schmecken viel besser, Emily. Weil ich das schon länger mache. Wenn du übst, schmecken deine auch so gut. Ganz bestimmt. Naja, aber du solltest deine Zeit nicht damit verschwenden, mir etwas beizubringen, was du selber machen kannst. Ich glaube nicht, dass das ein guter Job für mich ist. Ganz wichtig beim Bitsi-Bärchen-Bob ist, dass er dich packt. Der Takt? Oh ja, der, der Takt. Ein Schritt nach links und nach vorne. Und drei Schritte, ähm, nach rechts. Ups. Ich meinte nach links. Das hast du ganz toll gemacht. Äh, fünf Minuten Pause, ja? Es tut mir leid, Fläumeli. Es ist so nett, dass ich hier unterrichten darf, aber du machst das besser als jeder andere. Und wir brauchen auch nicht zwei Tanzlehrer. Sagst du das nicht nur so? Nein, das ist so. Lustig, oder? Äh, klar. Aber eigentlich brauchst du meine Hilfe gar nicht. Wieso sagst du das? Weil, naja, ich meine, wie oft wollen wir diese Konserven denn noch umsortieren? Ähm, aber... Ich will doch nur einen besonderen Beitrag leisten. So wie früher. Indem ich was tue, was Spaß macht. So wie Haare schneiden und frisieren. Hm. Weißt du? Du hattest so viele gute Ideen, wie ich meinen Laden verbessern kann. Und da dachte ich... Ja? Wieso fängst du nicht nochmal ganz von vorne an mit einem neuen Geschäft? Ein neues Geschäft anfangen? Das geht doch nicht. Na klar geht das. Zitronella-Bizet-Sphäre wird hiermit feierlich eröffnet. Ja! Kommt alle an Bord und setzt euch. Oh, ganz vorsichtig bitte. Und alle wieder an Land. Ich helfe euch. Einen großen Schritt. Auf Wiedersehen. Danke, Zitronella. Danke schön. Das hat echt Spaß gemacht. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wow. Schon wieder ein Picknick? Na klar. Wir wollen jetzt jeden Tag auf der anderen Seite des Sees picknicken. Frühstück, Mittag und Abendessen. Ja toll, aber drei Tage hintereinander? Sicher. Wieso denn nicht? Das macht ihr doch alles nur für mich, oder Leute? Wir? Was? Äh, oh. Wir wollen deine neue Fähre unterstützen. Weil das so eine tolle Idee ist und so ein toller Service. Ach, danke schön, aber der Service wird nicht wirklich gebraucht, oder? Hallo Mädels. Da sind wir. Hallo. Und denk daran, wir machen keinen Picknick, sondern beobachten heute die Vögel. Verstanden. Für diese Saison geschlossen? Oh nein. Aber Zitronella, wir wollen alle, dass du bleibst. Wir brauchen dich hier. Was hat denn Butzelbären statt, was wir nicht haben? Dort kann ich etwas tun, was mir Spaß macht und wobei ich nützlich bin. Oh. Schön, dass ihr euch sorgt. Nicht traurig sein. Ich komme wieder, um euch zu besuchen. Ganz oft. Versprochen. Komm mit. Ich hab eine Idee. Du willst, dass wir uns Honig in die Haare schmieren? Und wie wird das Zitronella davon abhalten, wegzugehen? Passt auf. Oh. Zitronella darfst nicht abbreiten. Wieso denn nicht? Sieh doch nur, was der Salon-Omat gemacht hat. Oh nein. Los, wir müssen zurück zum Salon. Ich frage mich, was Emily wohl dazu sagen wird. Wow. Die Maschine macht ja gar nichts mehr. Was für eine Pleite. Oh Mann. Zum Glück haben wir dich noch rechtzeitig erwischt. Kannst du uns bitte helfen? Zu euren Diensten. Aber können Sie uns nicht doch Gesellschaft leisten? Nur zum Mittagessen. Wir alle vermissen Sie ganz berig. Berig doll. Oh, vielen Dank, Fräulein Erdbeer. Aber jede Minute, die ich mich nicht um den Rasen kümmere, wird sich auch die große Öffnung weiter verschieben. Oh. Hm. Der riecht ja lecker. Was hätten wir nur ohne dich gemacht? Danke schön, Zitronella. Du bist unsere Heldin. Zeitschrift? Oh? Wie kommt die denn hierher? Ähm, wie ist was wohin gekommen? Wir wollten doch nur, dass du nicht weggehst. Oh, aber es ist immens wichtig, dass der Rasen eben ist. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir alle zusammen sind? Und wir miteinander Spaß haben? Eine gemütliche Bootsfahrt. Oh, und ein schönes Picknick. Ich bin mir sicher, das würde Zitronella viel bedeuten. Tja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich möchte Zitronella nicht enttäuschen, aber, aber mein Rasen... Ach, Herr Raupelius, wir wollen Sie zurück. Sie sind uns doch tausendmal wichtiger als dieser Rasen hier. Bin ich das? Aber natürlich, wissen Sie das denn gar nicht? Oh, können Sie mich kurz entschuldigen? Ich muss ganz schnell jemandem was sagen. Hm. Ich bin also tausendmal wichtiger als du. Wisst ihr, ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr euch so bemüht. Bitte, Mädels, sonst verpasse ich noch den Bus. Gut. Was ist denn hier los? Emily, endlich! Sie will weggehen! Bitte, du musst sie umstellen. Sie darf nicht weggehen. Zitronella, du willst weggehen? Oh, Emily. Ich habe das Gefühl, dass ich hier überhaupt nicht mehr gebraucht werde. Ich, ich kann nichts Nützliches tun. Nichts, was wirklich gebraucht wird. Ich kann dir sagen, was wir brauchen. Jemand, der die Beschwerden über diese Maschine entgegennimmt. Welche Beschwerden? Oh, womit fange ich an? Erstens, diese Maschine kann sich ganz schlecht unterhalten und ist dazu noch echt nutzlos im Ratschläger-Erteilen. Zweitens, sie sagt uns auch nicht, dass wir toll aussehen oder gibt uns Styling-Tipps. Drittens, sie lacht nicht über unsere Witze. Viertens, sie passt in keinen Schlafsack, wenn wir eine Übernachtungsparty veranstalten. Sie antwortet ja nicht mal auf die Einladung. Wie unhöflich. Fünftens, sie hat keine Schulter zum Ausweinen. Und sechstens, und das ist am allerschlimmsten, sie kann uns nicht umarmen. Ja, das hat sie gut gesagt. Wir lieben dich, weil du genau so bist, wie du bist. Und diese Maschine kann dich nicht mal ansatzweise ersetzen. Ich habe mein Wunderwaffeleisen zurückgeschickt. Viel zu perfekt. Es fehlte der persönliche Geschmack des Kochs. Heißt das, ich muss auch den Puzumat zurückschicken? Aber er hat noch nicht mein Tanzstudio gereinigt. Wir müssen den Puzumat nicht zurückschicken. Ich will damit doch nur sagen... Oh, Zitronella, würdest du bitte bei uns bleiben? Mhm. Ja! Ja! Äh, Fräulein Emily, sie hatten recht. Ich habe sie alle vernachlässigt. Zitronella, es tut mir leid, dass ich nicht mit ihrer Fähre gefahren bin. Wie kann ich das wieder gut machen? Tja, sie könnten mir helfen, den Salon-Omar zur Post zu schieben. Ich brauche ihn nicht mehr. Zu ihren Diensten? Oh, nein! Oh, nö. Hilfe! Hilfe! Oh, ich bin untröstlich, Herr Raupelius. Das müssen Sie nicht, Fräulein Zitronella. Ihr Salon-Omar hat den Rasen perfekt geschnitten. Hiermit erkläre ich Herrn Raupelius' Crocket-Club für feierlich eröffnet. Ja! Fräulein Zitronella, wäre es unverschämt zu fragen... Sie können ihn gerne haben, Herr Raupelius. Hervorragend! Würden Sie mir die Ehre erweisen, den ersten Ball zu schlagen? Mit Vergnügen. Ah, auf, Feier! Der Countdown kann beginnen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! Keine Sorge, du schaffst das schon. Bisher ist es immer Prinzessin Bärchen gewesen, die den Zippiflippigeranien-Samen gepflanzt hat, wenn das letzte Schneebärchen geschmolzen ist. Ich weiß. Sie wurde ausgerechnet jetzt von der Bitzibärchen-Züchtervereinigung nach Putzelbeerstadt beordert. Ich bin mir sicher, das muss bärig dringend gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt musst du, Herr Bärchen persönlich, die erste Blume des Frühlings pflanzen. Bärchen ist jetzt so. Beide der Zippiflippigeranien-Samen. Oh! 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 Aber wo ist denn Herr Bärchen geblieben? Da oben ist er! Dann können wir jetzt das Frühlingsbärenfest feiern. Moment! Laut meinem Buch Geschichte und Geheimnisse von Bitsy Bärchenhausen muss es eine Bärenfest-Prinzessin geben. Bisher war das stets und immer Prinzessin Bärchen. Aber da sie nicht hier ist, wer wird es dieses Mal sein? Die Bärenfest-Prinzessin trägt enorm viel Verantwortung. Sie organisiert, managt und leitet das ganze Bärenfest. Und sie plant die Aktivitäten. Bewertet die Blumen. Riecht an eine Blumen. Weiß alles über den Frühling. Und natürlich über die Wanderbären. Außerdem darf sie die Bärenfest-Frühlingsparade anführen und sitzt in einer wunderschönen Kutsche. Das will ich machen! Wie sollen wir das jemals entscheiden? Strohhalme ziehen? Eine schnelle Runde Stuhltanz? Jemanden finden, dessen Namen sich auf Bäumeli reibt? War ja nur so eine Idee. Also, ich würde sagen, da bleibt uns nur eine Sache übrig. Wir werden hier in Bitsi-Bärchenhausen etwas tun, was es vorher noch nie gab. Wir wählen die Prinzessin... Wie soll das die Prinzessin sein? Ich möchte Prinzessin sein? Oh! 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 Wenn ich jemanden für meine Post suche, müssen mir die Bewerber zuerst beweisen, dass sie den Job auch wirklich können. Oh! Das ist eine ausgezeichnete Idee. Die Kandidatinnen sollen ein paar Testaufgaben bekommen. Damit wir sehen, ob sie die nötigen Eigenschaften mitbringen, um Bärenfest-Prinzessin zu sein. Mhm. Das ist wirklich schön. Oh, lustig. Hier die erste Aufgabe. Die Bärenfest-Prinzessin muss während des Festes die Blumen bewerten und auszeichnen. Mal sehen, wer seine Blume erkennt. Emily, Sie können anfangen. Das ist ja leicht. Eine Rose erkenne ich meilenweit gegen den Wind an ihrem rosigen Duft. Das ist korrekt. Super! Super! Entschuldigung. Ich denke, das ist eine zweiblättrige Begonie. Meinst du nicht eher eine ziemliche Allergie, Klara Käfer? Nein, nein, nein. Klara Käfer hat vollkommen recht. Es ist eine Begonie. Ja! Das muss ein Gänseblümchen sein. Und Sie hatten drei Stück Honigmelone zum Mittag? Äh, ähm, das stimmt. Äh, also bei Tesseln. Wie heißen die Blumen, die nicht sportlich sind und sich trotzdem auf Stolpen reimen? Tulpen! Klasse, oder? Ist ein super Witz! Oh, äh, gute Antwort. Aber der Witz war leider schal. Schal? Was meint er denn damit? Er meint, dass er nicht so gut war. Oh, ich finde den Witz großartig. Naja, die Geschmäcker sind ja wohl verschieden. Oh, und das tut mir leid. Da Sie Ihre Blume gegessen haben, muss ich Sie disqualifizieren. Entschuldigung. Aber ich habe so einen Hunger. Ich glaube, sie hat ein Geißblatt gegessen. Das ist vollkommen richtig. Ja! Das ist eine Zinnie. Eine Gattung von 20 Arten von einjährigen und winterharten Pflanzen aus der Familie der Korblütler. Hm, ich nehme an, das ist korrekt. Zinnie stimmt zumindest. Oh Mann! Das weiß ich nicht. Oh, das tut mir furchtbar leid. Das ist doch eine Narzisse. Na sowas. Kein Wunder, dass ich das nicht wusste. Narzissen sind dieses Jahr einfach nicht en vogue. Zwei Mädchen sind raus. Dann beginnen wir jetzt unseren finalen Test. Die Bärchenfestprinzessin muss sich im Bärchenhain auskennen, damit sie die Wanderbäre ausfindig machen kann. Sie muss sportlich sein und Durchhaltevermögen besitzen, um die Parade anzuführen. Und sie muss Wertschätzung allen Pflanzen gegenüber zeigen. Die Finalisten sollen eine Erdbeerpflanze hochklettern, eine Erdbeere auswählen, wieder runterklettern, eine Erdbeere einpflanzen und gießen. Die ersten zwei, die damit fertig sind, haben gewonnen. Ja! Auf die Plätze! Fertig! Pflanzt! Ach, ich weiß nicht, welche soll ich nehmen. Diese sieht toll aus, aber ziemlich hoch. Was ist, wenn ich runterfalle? Oh, diese ist schön, aber die Bäre ist so groß, vielleicht kann ich sie nicht festhalten. So, mal sehen. Oh, hier steht was. 100 Wege Erdbeeren zu pflücken. Erstens, nimm einen Korb. Zweitens, nimm einen größeren Korb. Drittens, nimm keinen Korb, aber einen Stuhl, um hochzuklettern und dann nimm einen Korb. Du klärderst echt toll und ganz schön schnell. Du machst das aber auch gut. Dankeschön. Hier, versuch's damit. Danke. Das klappt ja wie geschmiert. Komm schon, du dicke, fiege Erdbeere. Geh vom Stiel ab. Ich hab's. Ich buddle erst das Loch, gieße es ab. Dann hole ich die Erdbeere. Die Erdbeere, die du dir ausgesucht hast, ist toll. Ich finde deine auch super. Dankeschön. Oh-oh. Hey, wer hat denn das Licht ausgemacht? Lass mich hier raus. Hey. Na sowas. Eine Klara-Bäre ist gewachsen. Wir haben's geschafft. Los, geh ab. Geh ab. Wir haben unsere zwei Kandidatinnen geprüft. Geh ab. Aha. Das ist richtig. Nummer 78. Nimm einen Korb in die linke und einen in die rechte Hand. Oh, sind wir schon fertig? Ja, das sind wir. Aber ich werde trotzdem bei der Parade in der Grutsche mitfahren. Und ich auch. So, fertig. Nur noch 199 weitere. Oh, ähm, Entschuldigung, Sarah-Käfer, nach dir. Entschuldige, ähm, nein, du zuerst. Ich möchte gerne dein Wahlkampfmanager sein. Äh, was? Hey, das war doch zuerst meine Idee. Wie wäre es, äh, wenn ihr beide meine Wahlkampfmanager seid und euch zusammentut? Oh, ich wäre bärig froh, eure Unterstützung zu haben. Hmm. Ich brauche noch 199 von diesen Plakaten. Also los. Oh. Komm bald wieder und stimm für Orangella. 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 Oh, was tust du denn da? Äh, ich verteile Stimm für Orangella-Buttons. Nein, 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 nein. Äh, gib schon her. Als deine offizielle Wahlkampfmanagerin sage ich dir, dass diese Mini-Buttons deine Botschaft nicht rüberbringen. Wahlkampfmanagerin? So, bitte sehr. Und für dich. Und für dich auch. Ähm, Clara Käfer, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Managerin brauche. Ich brauche jemanden, der eine Rede für mich schreibt. Keine Sorge. Zukünftige Bärenfest-Prinzessin. Ich kümmere mich darum und du kriegst die bärig beste Rede. Oh, genau davor habe ich Angst. So, alles fertig. Das sieht wirklich großartig aus. Dankeschön. Oh, und wie findest du meine? Ähm. Bin ich nicht eigentlich diejenige, die als Bärenfest-Prinzessin kandidiert? Ups. Ich wusste, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich werde sie einfach nochmal mal... Weißt du was, Sarah Käfer? Was ich noch dringender brauche als Plakate, ist ein Redenschreiber. Und da Bonnie so super toll schreiben kann, könntest du sie doch vielleicht mal für mich fragen. Wird erledigt, zukünftige Bärenfest-Prinzessin. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll, aber ich befürchte, dass Sarah Käfer und ich nicht darin übereinstimmen, wie wir dir am besten helfen. Und ich befürchte, ich finde das hier alles nicht so toll. Hallöchen, Bonnie. Was willst du denn hier? Ich habe dich zuerst gefragt. Nein, hast du nicht. Ich glaube, das ist ein Unentschieden. Was kann ich denn für euch beide tun? Du sollst für meine Kandidaten unbedingt eine Rede schreiben. Es wäre doch ganz schön merkwürdig, für beide eine Rede zu schreiben. Und ich glaube, ich habe mich noch gar nicht entschieden, für wen ich stimmen werde. Meine Kandidatin ist die Beste. Nein, meine ist besser. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, schlapp. Hast du dich entschieden? Wieso? Nein, noch nicht, aber... Ähm... Meine Kandidatin wird dich bei der Parade mitfahren lassen. Meine Kandidatin auch. Und zwar in der ersten Reihe. Keine Sorge, ich werde es euch wissen lassen, wenn ich mich entschieden habe. In der aller, allerersten Reihe. Einen besseren Platz gibt es nicht. Puh. Ach herrje, was soll ich denn jetzt nur tun? Emily. Was ist denn los, Bonnie? Wem von euch beiden soll ich denn nun eine Rede schreiben? Dir? Orangela? Ja, ich mag euch doch beide. Ich möchte niemandem wehtun. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Oh nein. Das Schlimmste, was ihr je passiert ist? Ich frage mich, ob es den anderen auch so geht. Es tut mir furchtbar leid, Emily. Aber du musst ein Outfit für die Wahl leider woanders besorgen. Was? Es regt mich viel zu sehr auf, für dich und für Orangela ein Kleid zu machen. Aber wieso? Du liebst es, Kleider zu nähen. Tja, ich hab's versucht. Aber jedes Mal, wenn ich was ganz Tolles bei einem Kleid hinzugefügt habe, musste ich das bei dem anderen Kleid auch hinzufügen, weil ich niemanden benachteiligen wollte und beide Kleider gleich gut werden sollen. Weil ich euch beide mag. Und das macht mich noch wahnsinnig. Aber Himbeertörtchen, ich bin mir sicher, dass jedes deiner Kleider fantastisch aussehen wird. Ich würde meins nie mit Orangelas vergleichen und umgekehrt auch nicht. Wir freuen uns beide einfach nur darüber, dass du die Kleider machst. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oh, Emily, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du auch? Was ist denn los? Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich wählen soll. Dich, Orangela, Orangela, dich. Ach, ich bin hin und her gerissen. Das ist doch kein Problem. Stimme einfach für Orangela oder mich. Beides wäre eine gute Wahl. Ich bin überzeugt, Orangela wäre eine tolle Bärenfest-Prinzessin. Ja, ich weiß. Aber du auch. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt wählen will. Oh Mann. Das ist bärig, bärig schlimm. Oh, das will ich doch gar nicht sagen. Und das auch nicht. Nein, das kann ich noch besser. Hallo, Emily. Bereitet es dir Schwierigkeiten, deine Rede zu schreiben? Nein, nicht meine Rede. Meine Rücktrittserklärung. Rücktrittserklärung? Du willst deine Kandidatur zurückziehen? Ja, ich will nicht mehr Bärenfest-Prinzessin werden. Aber wieso denn nicht? Das ist doch eine große Ehre. Und wir brauchen unbedingt eine Bärenfest-Prinzessin. Ich weiß. Aber die Wahl verursacht viel zu viel Ärger. Jeder muss sich zwischen mir und Orangela entscheiden. Und das fühlt sich nicht richtig an. Wir waren immer Freunde und haben uns so gut verstanden. Und jetzt ist jeder hier in Bitsi-Bärchenhausen gezwungen, eine von uns auszuwählen. Aber einige wissen nicht, wen sie wählen sollen und sind deshalb unglücklich. Also, denke ich, das Beste ist, wenn ich aus dem Rennen ausscheide. Ich weiß nicht genau, ob dir klar ist, warum man sich frei entscheiden können muss. Du denkst, das heißt, wenn du für mich stimmst, magst du mich. Und wenn du für sie stimmst, magst du sie. Darum geht es hier doch überhaupt nicht. Aber genau so fühlt es sich für mich an. Man wählt nicht jemanden, weil man ihn mag, sondern das, was er zu bieten hat. Es ist gut und wichtig, eine Auswahl zu haben. Zu wählen, was du zum Mittagessen willst, was du anziehen willst oder irgendetwas anderes. Selbst wenn sich die Leute hier in Bitsi-Bärchenhausen nicht einig sind, wen sie wählen sollen, so können sie trotzdem miteinander auskommen. Deine Freunde und du, ihr habt unterschiedliche Meinungen und trotzdem versteht ihr euch oder etwa nicht. Doch, das stimmt. Jedenfalls meistens. Eigentlich schade, dass meine Wahlkampfmanager das nicht tun. Wie gefällt dir das? Ganz toll. Und meins? Wirklich wunderschön. Hi, Emily. Ich sehe, dass ihr zwei euch vertragt. Wir wissen jetzt, dass wir nichts schaffen, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Also haben wir vereinbart, wie wir zusammenarbeiten können. Ich mache die Plakate, wie ich es will. Und ich mache die Buttons, so wie ich es will. Und dann helfen wir uns gegenseitig, die Buttons zu verteilen und die Plakate aufzuhängen. Aber am wichtigsten ist, wir sind beide nett zueinander, egal was passiert. Das ist das Allerbeerigste, was ich den ganzen Tag gehört habe. Das ist so gut, dass ich sofort eine Rede darüber schreiben will. Also möchte ich sagen, dass ich weniger fürs Planen als viel mehr fürs Tunen bin. Mehr tun? Hört sich prima an. Manchmal muss man einfach sofort zur Stelle sein, um Dinge hier in Bitsi-Bärchenhausen zu erledigen. Wenn ihr mich zur Bärenfest-Prinzessin wählt, dann wählt ihr quasi euch selbst. Naja, nicht wirklich euch, sondern mich. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich glaube, es wäre toll, Bärenfest-Prinzessin zu sein. Also stimmt für mich. Ja! Danke, Orangella-Obstblüte, für diese wunderschöne Wahlkampf-Rede. Und jetzt hören wir noch unsere zweite Kandidatin, Emily Erfels. Ich bin auch der Meinung, dass es toll wäre, Bärenfest-Prinzessin zu sein. Aber es wäre auch harte Arbeit. Und ich bin dazu bereit. Und ich glaube, dass man erst planen und dann handeln muss. Mehr planen? Das klingt gut. Also ich denke, ich bin nicht in allem der selben Meinung wie Orangella. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht verstehen. Diese Wahl hat mich ganz schön durcheinandergebracht. Ich wollte Bärenfest-Prinzessin werden. Aber ich wollte auch, dass Orangella Bärenfest-Prinzessin wird. Und gegen Orangella anzutreten, hat mich verunsichert. Ich bin davon überzeugt, dass es einigen von euch auch so ging. Und dann habe ich erkannt, dass es gute Gründe gibt, für uns beide zu stimmen. Unterschiedliche Gründe. Jetzt hat also jeder in Bitsibärchenhausen die Chance zu wählen. Und zu wählen ist nicht schlecht. Denn auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, kommen wir doch alle gut miteinander zurecht. Denkt immer daran, egal wen ihr wählt, wir werden immer, immer, immer Freunde sein. Egal was passiert. Ja! Jetzt, dass wir die Reden der Kandidatinnen gehört haben, ist es an der Zeit zu wählen. Ja! Denkt dran, Orange für Orangella und Rot für Emily. Jetzt, da wir gewählt haben, wird es Zeit, die Stimmen auszuzählen. Eine für Orangella, eine für Emily, zwei für Emily, zwei für Orangella. Und die letzte Stimme ist für Orangella. Also, ähm, 75 plus drei, ähm, zwei, ähm, sind, äh, ja? Es ist ein Unentschieden. Oh! Das gibt's doch nicht. Oh, nein, 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 nein. Es kann kein Unentschieden sein. Wenn ich das richtig sehe, hat jemand nicht gewählt. Ups, Entschuldigung. In der ganzen Aufregung hab ich das wohl völlig vergessen. Kann ich jetzt noch wählen? Ich fürchte sogar, du musst, sonst haben wir keine Bären fest, Prinzessin. Ich würd ganz vorne bei der Parade sitzen. Die Gewinnerin der Wahl und damit die Bärenfestprinzessin in diesem Jahr ist... Die liebe Emily Erdbeer! Ja! Ja! Aber, aber, du hast für mich gestimmt. Ich weiß, es wäre toll gewesen zu gewinnen, aber dann hab ich darüber nachgedacht und ich glaube, du bist die bessere Bärenfestprinzessin. Ja! Okay, dann geht's ganz vorne bei der Parade mit. Richtig, ich! Eigentlich haben Orangella und ich beschlossen, da ihr so tolle, äh, Wahlkampfmanagerinnen wart, dass ihr beide bei der Parade ganz vorne mitfahren dürft. Wirklich? Wir beide? Tja, also ich werde ganz, ganz vorne in der Kutsche sitzen. Äh, äh! Aha! Zumindest hab ich es versucht. Ja, das hast du. Ja! 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 Glitzert. Nein. Glitzernd. Glitzernd? Nein, 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 nein. Glitzerig. Glitzerig. Oh, das gefällt mir am besten. Was denkst du, Plätzchen? Wah! Schnuschönchen? Brrrr! Oh, ich danke euch. Hm, was reimt sich auf Stern? Oh, ich weiß es, fern! Oben im Himmel. Richtig doll fern. Sieh doch, ne Sternschnuppe, die sieht man gern. Ein Wunsch ist frei, überleg ihn dir gut. Es steht viel auf dem Spiel, doch hab nur Mut. Ein kleines weißes Licht, ein glitzeriger Ball. Mit Wonne seh ich ihm zu bei seinem Fall. Wenn er verschwunden ist, kommt mein Wunsch dann dran, damit ich gleich noch eine Sternschnuppe sehen kann. Oh, bravo, entzückend, Fräulein Erdbeer, einfach entzückend. Oh, Herr Raupelius, ich bin so froh, dass Sie hier sind. Die nächste Erzählstunde ist schon in einer Woche und Sie können mir bestimmt bei meinem Gedicht helfen, dass ich dort dann einen vortragen werde. Ich denke, ich bin fast fertig, aber mit diesen zwei Wörtern bin ich noch nicht zufrieden. Oh, das wäre mir eine Ehre. Vielen Dank. Diese zwei Wörter sind noch nicht so ganz... Ups, Entschuldigung. Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig netten Tag. Hier spricht Emily. Oh, das ist ja toll. Ich bin gleich da, Himbeertörtchen. Ähm, könnten Sie auf das Café aufpassen, Herr Raupelius? Ich muss kurz in Himbeertörtchens Boutique. Bin gleich wieder da. Aber natürlich lassen Sie sich ruhig Zeit. Hm, glitzerig? Oh, nein, 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 glitzernd. Ja. Ich bin so aufgeregt. Ein Kleid für mich gemacht. Wer hätte das gedacht? Von Himbeertörtchen für meinen Gedichteabend. Hm, hm. Okay, ich bin fertig mit dem Außenessen. Jetzt weiß ich, in welcher Größe ich dein Kleid machen muss. Du kannst also entspannen. Ah. Oh, willst du vielleicht den Entwurf sehen? Naja, meine ersten Zeichnungen. Du kannst auch alles ändern, was du willst. Überrasch mich. Ich liebe Überraschungen. Tja, also gut. Das geht natürlich auch. Dann halte ich mich einfach an das, was ich habe. Ich meine, an das, was ich mir vorstelle. Wenn du es gerne so möchtest. Das klingt fantastisch. Ich muss jetzt wieder zurück ins Café. Danke. Bis zur großen Stunde wird es fertig sein. Oh, du Sternschnuppe von so weit her. Dich zu sehen wünsche ich mir sehr. Oh, du Sternschnuppe hast eine lange Reise. Dabei glitzerst du auf eine schöne Weise. Flieg nicht weg, denn sonst weine ich leise. Oh. Ah, Fräulein Erdbeer. Fällt Ihnen vielleicht ein Wort ein, das sich auf leise reimt? Wieso? Wieso? Nicht doch. Das passt nicht. Ich meine, wieso ändern Sie so viel an meinem Gedicht? Gefällt es Ihnen nicht? Oh, oh, doch, meine Liebe. Es gefällt mir sogar sehr gut. Die Änderungen dienen nur dazu, dass man sich so fühlt, als ob man wirklich dabei wäre bei dem Moment, wenn du den Stern siehst. Naja, um ehrlich zu sein. Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Ich habe es mir nur vorgestellt. Du meine Güte. Um eine richtige Poetin zu sein, müssen Sie über etwas schreiben, das Sie wirklich kennen. Also, wenn es in Ihrem Gedicht um eine Sternschnuppe gehen soll, dann müssen Sie natürlich auch erst einmal eine Sternschnuppe gesehen haben. Hm. Hm. Hallo. Hallo, Pfläumeli. Wo fährst du denn hin, Emily? Ich fahre zum Zelten. Ich will ein Gedicht darüber schreiben, wie es ist, eine Sternschnuppe zu sehen. Und Heropelius sagt, dass man nur über etwas schreiben kann, was man selbst erlebt hat. Genau. So ist es auch, wenn ich tanze. Man muss es tief im Inneren fühlen. Ähm, ja. Ist es heute Abend nicht zu kalt zum Zelten, was meinst du? Naja, wenn ich dadurch dann besser schreiben kann, ist es mir das wert. Oh, warte. Ich habe leuchtende Sonnenblumenenergieregel dabei. Die sind genau richtig fürs Zelten. Danke, Pfläumeli. Bei Himbeertörtchen wird es wohl heute spät. Ich werde gleich mal nach ihr sehen. Ähm, würdest du mir einen Gefallen tun? Pass auf, dass sie nicht zu hart an dem Kleid arbeitet, das sie für mich macht. Na klar. Viel Spaß. Hallo Himbeertörtchen, wie läuft es? Ich habe mit einem Entwurf angefangen, der mir gefiel, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher und habe was anderes versucht. Meine Meinung hat sich aber immer wieder geändert. Jetzt gefällt mir am besten, womit ich angefangen habe, doch ich habe Angst, dass ich es nicht rechtzeitig fertig kriege. Oh, du armes Ding. Kann ich dir helfen? Ich kann Stoff schneiden oder irgendetwas anderes tun. Das ist so süß von dir, aber es ist wirklich sehr wichtig für mich, dass ich es ganz allein schaffe. Weißt du, was ich meine? Ich denke schon. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ich hoffe nur, dass alles klappt. Tadaa! Wie siehst du denn aus? Was sagst du? Ich bin doch eine echte Mode-Expertin. Es ist viel sicher, total angesagt und es hat mich nur ein paar Minuten gekostet. Wie bitte? Das soll nicht Emilys Stil sein? Kein Problem, ich schüttel einfach was anderes aus meinem Ärmel. Jawohl. Ali, hallo, ich bin Emilys neues Kleid. Wie gefahrlich dir? Ah, hör auf, es reicht. Geht es dir jetzt besser? Oh ja, aber jetzt muss ich leider wirklich weitermachen. Es gefällt mir so gut. Ich möchte nur, ich hoffe nur, ich wünsche mir nur, dass ich es schaffe. Das wirst du. Alles was du brauchst ist ein wenig Schlaf und morgen früh fängst du neu an, dann wird dein Traum sicher in Erfüllung gehen. Ich schließe ab. Wirklich? Okay. Gute Nacht, Fläumeli. Oh, und danke nochmal. Dafür sind Freunde doch da. Hier ist Fläumeli. Hallo, Bonnie. Oh, ich hab sie verpasst. Okay, es wird nicht mehr gegähnt. Das ist also der Plan. Och, armes Himbeertörtchen. Und du weißt, dass sie alles immer so bierig gut machen möchte, wie es nur geht. Genau deswegen müssen wir für sie Emilys Kleid fertig machen. Heute Nacht. Was wir da vorhaben, erinnert mich an diese Geschichte. Der Schuhmacher und die Elfen. Während der Schuhmacher schläft, schleichen sich die Elfen rein und machen für ihn die Schuhe fertig. Wir könnten ihre Elfen sein. Himbeertörtchens heimliche Helfer. Abgemacht? Abgemacht. 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 Bam! Abgemacht. 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 Achtung, liebe Faulbären, was kommt als Nächstes? Ah! Pssst! Es ist perfekt! Oh! Oh! Morgen, Himbert Hörtchen! Wir waren gerade in der Nähe und... Wow! Seht euch das an! Oh, was für ein wunderschönes Kleid! Aber, aber, aber... Wo kommt es her? Hast du es denn nicht gemacht? Ähm, ich... Ich kann mich nicht daran erinnern, es gemacht zu haben, also denke ich nicht, dass ich es war. Ich habe zwar die ganze Nacht davon geträumt, wie ich nähe, aber das sieht gar nicht aus wie mein ursprünglicher Entwurf, also kann ich... Weißt du, wir... wir dachten, du könntest... Das waren die Modeelfen! Hä? Modeelfen? Ja! Wie in der Geschichte, vom Schuhmacher und seinen Elfen! Bonnie hat ein Buch darüber! Hä? Oh! Äh, ja... Sie sind wie, ähm... Die Bärchen! Aber mit spitzen Schuhen! Sie wissen, wann sie gebraucht werden und kommen in der Nacht zur Hilfe! Wirklich? Kann ich es ja auch mal sehen? Na ja, ähm... Kannst du! Ich meine, kannst du nicht! Ich meine, du kannst, aber du solltest es nicht! So sind die Regeln! Wenn du Modeelfen ausspionierst, rennen sie weg und kommen nie wieder! Sie hat Recht, Elfen! Hm, so sind sie eben! Sie waren bestimmt hier, weil du dir so sehr gewünscht hast, dass dein Kleid fertig wird! Dein Wunsch hat sich erfüllt! Es ist ja nicht so, dass du es nicht allein geschafft hättest! Und es ist trotzdem noch dein Entwurf! Naja... Nicht so ganz! Das hier ist sehr viel... Komplizierter! Aber wow! Wenn diese Elfen in einer Nacht etwas so Kompliziertes anfertigen können... Wie wird es dann erst sein, wenn sie ein bisschen... Anleitung kriegen? Äh... Hä? Jetzt kann ich richtig loslegen und für Emily etwas entwerfen, das wirklich total toll und... Außergewöhnlich und absolut großartig ist! Zum Beispiel sowas wie das hier! Ich hinterlasse den Modeelfen heute Nacht einen neuen Entwurf und werde sehen, wie sie ihn hinkriegen! Ähm... Vielleicht helfen dir Elfen nur eine Nacht aus! Das ist möglich, ja! Aber für den Fall, dass sie einem öfter helfen, mache ich lieber einen neuen Entwurf! Denn Emily verdient nur das bärig Beste! Lasst eure Fersen so lange wie möglich... Herr Bolden! Denkst du nicht, wir sollten ihr die Wahrheit sagen? Äh... Noch eine Nacht wach zu bleiben, wird echt schwer! Das hatte ich ja auch vor! Bis dann jemand etwas von Modeelfen gesagt hat! Tut mir leid! Role V... Und umdrehen! Grand... Plie... Und erste Position! Lecker! Elfenhäppchen! Die werden wir auch nötig haben! Oh! Das Kleid ist monstermäßig! Das schaffen wir nie in einer Nacht! Das müssen wir schaffen! Es ist doch für Himbeertörtchen! Hör zu! Was haltet ihr davon, wenn ich den Entwurf einfach in vier Teile schneide? Gute Idee! Seht ihr? Wenn es nochmal regnet, klettern wir einfach in das Zelt! Dann werden wir nicht los! Oh, krümeliger Muffin! Es... Es klemmt! Nicht schon wieder! Guten Morgen, Himbeertörtchen! Wir wollten uns das neueste Werk der Elfen ansehen! Das ist ja sensationell! Und am allertollsten finde ich diesen Teil! Mir gefällt die Spitzenborte hier unten sehr gut! Hm... Aber sie... Sie säumt nicht mal den gesamten Rock? Hm... Es sieht so aus, als wären die Elfen nachlässig geworden! Nachlässig? Also ich finde dieses Kleid ist einfach bärig gut gelungen! Es ist fabelhaft! Seht ihr nur die Platierung der Knüpfer an! Es ist so... Erfreulich ausgefallen! Aber... Aber... Aber Mädels! Dieses Kleid sieht überhaupt nicht so aus wie auf meiner Zeichen! Hm... Mir gefällt aber dieses Detail hier! Die Spitzenborte da unten ist wirklich hübsch! Und die Knöpfe sind toll platziert! Trotzdem sieht alles zusammen nach zu vielen Ideen auf einmal aus! Ich weiß was! Hä? Hä? Was hast du denn vor? Du machst doch jetzt keinen neuen Entwurf, oder? Nein, nein, nein! Ich schreibe den Elfen eine Nachricht! Du kannst es uns doch einfach... Oh! Oh! Liebe Elfen! Bitte konzentriert euch auf eine Idee und haltet euch daran in Dankbarkeit! Himbeertörtchen! Ähm... Verstehst du jetzt das Problem? Ähm... Ich sag dir was! Ich muss jetzt das Café öffnen! Also komm doch um 5 Uhr wieder und... Dann besprechen wir alles! Bis dahin habe ich bestimmt eine Antwort! Das klingt gut! Okay! Danke, Emily! Also was denkst du? Wie kann ich sie von meiner Idee überzeugen, ohne ihre Gefühle zu verletzen? Citronella! Ich kann mich kaum verstehen! Komm doch einfach nachher ins Café! Sagen wir... Um 5 Uhr? Und ich bin sicher, ich weiß dann eine Antwort! Um 5? Toll! Danke, Emily! Oh! Du musst mir helfen! Meine Idee ist die einfachste! Das ist alles! Aber ich will nicht rechthaberisch wirken! Verstehst du? Ich muss jetzt zurück ins Café, aber komm doch so... Um 5! Dann reden wir darüber! Emily? Du hast 5 Uhr gesagt, stimmt's? Oh! Hi, Bonnie! Ich bin in einer Sekunde bei dir! Oh, hallo! Oh, äh... Hi! Hi! Wie geht's? Ganz gut! Hallöchen! Tee? Muffins? Ich weiß schon! Smoothies! Aber... Ich dachte... Du hast gesagt, wir beide wären allein! Nein, das hab ich nicht! Tut mir leid, Mädels, aber ich fühl mich nicht wohl dabei, geheime Treffen zu veranstalten. Ich denke, dass wir das alle zusammen besprechen sollten. Ich vermute, keiner von euch würde es gefallen, wenn etwas hinter ihrem Rücken passiert. Oder? Aber es war nur... Aber es war nur... Du hast doch gar nicht gemeint, Emily! Wir haben nur versucht zu... Ist schon gut! Ist schon gut! Ich weiß, dass ihr Himbeertörtchen nur helfen wolltet. Das ist auch total süß! Doch euch als Modeelfen auszugeben, war vielleicht nicht die beste Idee. Aber es ging nicht anders! Ich habe angeboten, ihr zu helfen, aber sie wollte es ganz alleine schaffen. Hilfe ist gut, aber... Naja... Entschuldigen Sie die Unterbrechung, ich möchte Ihnen gerne meine drei neuesten Versionen ihres Gedichts zur Ansicht geben, Fräulein Erdbeer! Was wolltest du gerade sagen, Emily? Oh... Es ist nur... Manchmal möchte man etwas auf seine eigene Weise machen. Versteht ihr? Es ist schön zu wissen, dass man auch was ganz alleine schaffen kann. Ganz alleine. Ja... Emily hat recht, wir sollten ihr die Wahrheit sagen. Oh, aber wie? Sie wird so enttäuscht sein! Ich würde lieber zehn weitere Kleider machen, als Himbeertörtchen zu enttäuschen. Vielleicht hätten wir den Entwurf nicht aufteilen sollen. Wir einigen uns auf eine Idee und fangen einfach von vorne an. Oh, Himbeertörtchen! Du Schlafmütze! Raus aus den Federn, Sonnenschein! Der Morgen ist da! Oh... Ich kann jetzt so lange schlafen, wie ich will. Meine Arbeit erledigt sich ja von selbst. Wow! Es ist perfekt. Es ist absolut umwerfend. Warum siehst du dann so traurig aus? Na, weil es nicht von mir ist. Ich wollte etwas wirklich Tolles für Emily anfertigen, was nur von mir für sie gewesen wäre. Mein eigener Entwurf, alles selbst gemacht. Ich kann das hier also leider nicht annehmen, obwohl es echt unglaublich fantastisch aussieht. An ihren Kreuzstichen könnten die Elfen allerdings noch ein bisschen arbeiten. Ich möchte nicht die Gefühle der Elfen verletzen, aber ich habe noch einen Tag, um Emilys Kleid anzufertigen und ich werde sie bitten, es mich ganz alleine machen zu lassen. Ähm... Hör zu, Himbeertörtchen. Du musst die Nachricht nicht schreiben. Es... Ähm... Gibt etwas, das wir dir sagen müssen. Es ist so, das Gedicht, das ich allen vortrage will, ich allein mache. Oh, äh... Äh... Sie... Sie haben absolut recht, Fräulein Erdbeer. Ich bin wohl ein wenig zu weit gegangen. Ich hoffe, Sie wissen, wie sehr ich Ihre Hilfe immer zu schätzen, weiß Herr Raupelius. Das geht mir ganz genauso, Fräulein Erdbeer. Dank Ihnen habe ich meine lang verlorene Liebe wiederentdeckt, die Poesie. Oh, Mädels, ich weiß, dass ihr mir wirklich nur helfen wolltet. Tja, falls ich es nicht schaffe, kann Emily wenigstens das Kleid tragen, das ihr gemacht habt. Dann lege ich jetzt mal los. Vielleicht können wir dir doch noch helfen, Himbeertörtchen. Hm? Weißt du, wenn dir das hier zu schlicht ist, Emily, hätte ich noch ein Reservekleid, das... Ich liebe alle deine Kleider, Himbeertörtchen. Es ist wunderschön. Ich habe schon viel gemacht in meinem Leben. Doch sich bei einer Sternschnuppe was zu wünschen, hat sich nie ergeben. Ich habe gehört, schnell und weiß sollen sie funkeln. Und ihr heller Schweif soll leuchten im Dunkeln. Möglicherweise sehen sie irgendwie stachelig oder pelzig aus. Ich habe es nicht eilig. Ich finde es raus. Es kann dauern, bis ich sie sehe, das ist wahr. Mein Wunsch hebe ich auf, ist doch klar. In der Zwischenzeit erfreue ich mich daran, mir den Moment vorzustellen, wenn ich wirklich eine sehen kann. Das ist deine Wahl, mir sollte immer dein Zuhause sein. Vorsichtig. 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 Langsam. Langsam. Zitronella, du machst sie nervös. Keine Sorge. Ich bin schon nervös. Das geht in die Geschichte ein. Der erste Regenbogensmoothie der Welt. Gleich ist er fertig. Das hast du toll gemacht, Emily. Wartet. Irgendwas fehlt. Ich habe meinen beerig liebsten Geschmack vergessen. Erdbeere. Okay, schnell, schnell. Der Erdbeersmoothie muss schnell gehen. Was? Das müsste doch Erdbeere sein. Zitrone? Wieso kommt da Zitrone raus? Ist das nicht der Orangenzapfhahn? Das ist Orangengeschmack, aber die Farbe ist falsch. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Geschmack? Kiwi? Melone? Spinat? Oh, oh. Ich war zu langsam. Seht nur. Oh nein. Das war's. Schade. Was wohl mit diesen Zapfhähnen los ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Hm. Wow. Was ist das? Unglaublich. Fantastisch. Toll. Hallo Emily. Prinzessin Bärchen. Wer ist dafür verantwortlich? Ich bin da, wenn du's gut machen kannst. Letzt auf alle drauf. Ich bin da drauf. Das ist die Wälder. Hi. Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha. Ups. Dankeschön. Gern geschehen. Oh, ja, sieh da hin. So, schnell, warte, jetzt. Los, los, los. Jetzt, los, los. Los, los. Los, los. Oh. Oh. Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag Könnte es passieren? Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag Genau wie im Café Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde? Das wäre wirklich eine große Hilfe, dann wäre die Ernte gerettet Aber denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen Ja, gute Idee Er ist so süß Das wird lustig Wir werden alle auf ihn aufpassen Falls wir ihn einfangen können Ich wäre euch ja so dankbar Es ist mir ein Vergnügen Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt? Hm Aufteilen und umzingeln Hier drüben! Ich bin sicher, ich hab ihn hier irgendwo gehört Ich auch! Wo kann er nur sein? Wir tun jetzt so, als ob wir aufgehen würden Dann unterhalten wir uns über die Farbe dieser Bäre da Vielleicht kommt er dann raus, okay? Okay! Tja, Babybärchen ist einfach zu schlau für uns Du hast ja so recht Oh ja, ähm... Ich denke, wir machen uns lieber auf den Weg Nach Hause Genau, auf den Weg nach Hause Da werden wir hingehen Genau jetzt Wartet Seht euch diese Bäre an Ihre Farbe ist ja ganz falsch Ja, stimmt Das ist sie tatsächlich Ich finde, sie sollte Blaubeerblau sein Du hast ja so Unrecht Orange ist viel schöner Zitronengelb Die mag ich am liebsten Pflaumenlila Kimbeer Blau Orange Gelb Blau Orange Erdbeer! Oh, wie schön! Toll! Mir gefällt sie Hallo, du süßes Babybärchen Hallo! Mein Name ist Emily Erdbeer Und weißt du was? Erdbeerrot ist meine Lieblingsfarbe Meine auch! Emily mit mir spielen! Emily mit mir spielen! Ist das sie? Das hört sich lustig an Aber sollten wir nicht die Prinzessin fragen, ob es okay ist? Fragen? Aha Das bedeutet, dass du jemanden fragst, was er von dem hält, was du gern machen möchtest Ich finde, dass es okay wäre Babybärchen lernt vielleicht noch dies und das, wenn ich ihn mit dir den Tag verbringen lass Tag mit Emily, Tag mit Emily Also, na gut Und was sagst du dann zu Emily? Dankeschön, Emily Das mache ich bärig, bärig gerne für dich Auf Wiedersehen! Oh Emily, das ist das süßeste Babybärchen auf der Welt Es ist kein Problem, auf ihn aufzupassen Er ist so ein Schock Babybärchen, hast du die Farbe von dem Wasser verändert? Babybärchen? Oh oh Hi Mädels Was, was war das? Mein Haar ist so glitschig Babyöl? Was? Nein, das ist die Flasche mit Pflegespülung Warte Das ist wirklich Babyöl Aber das Babyöl ist normalerweise in einer blauen Flasche Was ist denn hier los? Oh, entschuldige Er muss die Farben deiner Flaschen verändert haben Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Flasche welche ist Ich wasche deine Haare nochmal, Pfleumeli Entschuldige Babybärchen Jetzt muss Zitronella nochmal von vorne anfangen Wieso? Ich glaube nicht, dass er das versteht Oh oh Wir sollten ihn lieber aufhalten Ich glaube nicht, dass er das versteht Oh, sie sind wirklich ein Meister, Heropelius Sie haben fast gewonnen Nun ja, das wäre das erste Mal Ich denke, ich habe endlich den Dreh raus auf meinem Minigolfplatz Also ich muss sagen, es macht mir mächtig Spaß Was ist mit meinem Ball passiert? Ich sehe ihn nicht mehr Er ist vor meinen Augen verschwunden Oh, hier ist meiner Aber irgendwie ist er grün geworden Das ist doch die falsche Farbe So kann man ihn nicht sehen Das ist ja eigenartig Duda, hast du irgendwas damit zu tun? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren Sie armer Kerl Sieht so aus, als wäre das Spiel ruiniert Oh, aber ich hätte doch fast gewonnen Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll Die Farbe steht dir gut Ich finde ihn auch toll Aber der andere ist genauso bärig schön Willst du ihn noch mal aufsetzen? Ähm, ja, bitte Stopp! Komm wieder hierher Warte auf Emily Na, was denkst du? Also den hier finde ich auch sehr gut Aber... Aber... Ich wünschte, ich könnte dir noch viel mehr Farben zeigen, Bonnie Okay Babybeerchen? Babybeerchen? Ja, Emily? Du musst immer erst fragen, bevor du die Farbe von den Sachen veränderst Wieso? Ih, das beißt sich aber Na ja, zum Beispiel Wie findest du, sieht die Farbe der Mütze zu meinem Outfit aus? Sehr schön! Auweia, er wird nie eine Zukunft im Modedesign haben Wie kann man jemandem, der so jung ist, klar machen, dass alles, was man tut, sich auf andere auswirkt? Da ist er, da ist er, ja! Er war es! Und ich war so nah dran, die Runde zu gewinnen Auf meinem Minigolfplatz Ja, das ist es, ihr Minigolfplatz Dürfen wir mit Babybeerchen da spielen gehen? Ja, 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 ja! Aber, 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 aber Er verändert die Farben der Bälle und man kann nicht mehr spielen Ganz genau Gehen wir Oh, aber Vertrauen Sie mir, Herr Raupelius Es wird funktionieren Sie erweisen unserem kleinen Ort einen bierig großen Gefallen Ja, 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 ja! Seien Sie vorsichtig, Fräulein Erdbeer Das sind die letzten nicht grünen Golfbälle, die ich habe Ich weiß, danke, dass wir sie benutzen dürfen Keine Sorge, wir werden bierig vorsichtig sein, oder, Babybärchen? Also, was sagst du? Würdest du es gern versuchen? Oh, oh, ja, bitte! Okay, Babybärchen Versuche deinen Ball, die Rampe hoch und durch die Windmühle zu schlagen Ungefähr so Toll, toll, Emily! Dankeschön Jetzt bist du dran Oh! Oh! Keine Sorge Du hast noch einen Versuch Aber zuerst ist Bonny an der Reihe Was soll ich denn jetzt nur machen? Was ist das Problem, Bonny? Ich kann nicht weiterspielen Wieso? Weil das hier nicht mein Ball ist Mein Ball ist blau Emily, ist das deiner? Oh! Nein! Das kann nicht meiner sein Meiner ist schon durchgegangen Bin ich dran? Bin ich dran? Tut mir leid, Babybärchen Aber wir können nicht spielen, wenn wir nicht wissen, wem welcher Ball gehört Tut mir leid, Fräulein Erdbeer Vielleicht ein andermal Komm mit, Babybärchen Dann machen wir eben was anderes Spielen! Ich will Minigolf spielen! Bitte, Emily! Na ja, wir können nur weiterspielen, wenn wir wissen, welcher Ball wem gehört Wenn es doch nur irgendeinen Weg gäbe, wie die Bälle wieder ihre Farben zurückbekommen können Ich weiß einen! Ich weiß einen! Ich kann die beirrigen Funken entfernen und sie wieder zurückverwandeln, Emily Versprochen! Wirklich? Das wäre toll! Ja, jetzt können wir weitermachen! Toll! Du hast es geschafft! Hurra! Ach, Briljahn! Wirklich gut! Ja! Ja! Sag mal, kannst du uns helfen? Es war so toll, dass du die beirigen Funken aus den Golfbällen entfernt hast Ginge das mit den anderen Sachen, die du verändert hast, auch? Sodass alles wieder so aussieht wie vorher? Ja! 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 Tja, siehst du, die beiden sehen gleich aus Und weil sie die gleiche Farbe haben, kann ich den weichen Baumwollstoff nicht vom kratzigen Leinen unterscheiden Bis ich sie anziehe Was soll ich nur tun? Oh, ich weiß es nicht Hey! Hast du eine Idee? Hm... Ja! Danke schön, Babybärchen Jetzt sehe ich wieder den Unterschied Was sagen wir da? Gern geschehen, Himbeertörtchen Wirklich gut! Ich wusste nicht, welcher Nagellack oder welches Farbemittel das richtig ist Ich sehe furchtbar aus! Was ist mit Zitronella? Sehr schön! Ja, es ist gut, dass du sie schön findest Aber sie gefällt sich selber nicht Oh... Nein? Nein Weißt du, jedem gefallen andere Sachen Und Zitronella fand es schön, wie sie aussah, bevor du sie verändert hast Ah... Okay! Sehr schön! Vielen Dank, Babybärchen! Gern geschehen, Zitronella! Gern geschehen, du bist der erste, der meinen Regenbogen-Smoothie kriegt Jetzt, wo die Farben wieder zum Geschmack passen, ist er endlich fertig Sehr schön und lecker! Ich danke dir! Freut mich, dass er dir gefällt Oh, das ist wirklich hübsch Vielen Dank, Emily Oh, die Farbe, die ich will Ist gar nicht hier Genau! Kannst du diesen Stift vielleicht in eine Farbe verwandeln, die ein bisschen mehr so aussieht? Äh-äh! Wieso nicht? Mit bärigen Funken Farben verändern ist schlecht Oh, Babybärchen Deine Funken sind nicht schlecht Sie sprühen geradezu Es ist wundervoll Ist es das? Ja, das ist es Du musst nur nachdenken, bevor du es tust Denk daran, wie sich andere Menschen dabei fühlen Du, Emily Ja? Was ist, wenn ich es nicht weiß? Naja, dann fragst du sie eben einfach Ist das okay? Oh, bärig okay Oh, ist die schön! Vielen Dank, Babybärchen Hab ich gern gemacht, Emily Hey, was? Was? Also, ich bin ab jetzt im Garten. Das ist für Sie, Herr Raupelios. Granatapfel-Tee und Apfelspalten. Herzlichen Dank, Fräulein Emily. Das ist bärig gern geschehen. Vielen Dank, dass Sie auf mein Café aufpassen. Es ist mir ein Vergnügen. Und wie gedeihen Ihre Blumen so? Ich hoffe, dass meine Blumen zum Blumenfest in ihrer ganzen Pracht blühen. Komm mit, Plätzchen. Ach ja, das Blumenfest. Das Ereignis des Jahres. Hallo, Emily. Da bist du ja, Emily. Herzlich willkommen, dass du da bist, Emily. Hallo, schön, euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder. Wie jedes Jahr. Danke vielmals, Zitronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily. Du solltest deine Blumen gießen. Dann werden sie schön spressen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Zitronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die hausrohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Pfeilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ah, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz vergeben. An Zitronella. Ja. Ah, mit Wunsch. Das hast du toll gemacht. Zitronella. Hä? Äh, was? Es ist schon spät. Kommst du mit rein? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Du bist seit Stunden hier draußen. Ich bin gleich da. Ich muss meine Pfeilchen auf Bett fertig machen. Gute Nacht. Bis morgen früh. Mein Pfeilchen. Furchtbar. Tragisch. Merkwürdig. Wir sind untröstlich, Zitronella. Mein armes Pfeilchen. Was ist denn nur passiert? Das ist wirklich merkwürdig. Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Pfeilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb. Guten Morgen, Fräulein Zitronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo. Hallo, Herr Bärchen. Hallo, Herr Bärchen. Zitronella? Oh je, was erblicklich. Du bist doch nicht etwa traurig. Ich, äh... Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Pfeilchen ist verschwunden. Oh nein, aber, aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Zitronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weck-mich-auf-Überraschungssaft in meinem Café. Zitronella? Du glaubst doch nicht wirklich, dass der nette Herr Bärchen so etwas tun würde, oder? Natürlich nicht, aber... Na ja, hast du das denn nicht gesehen? Was gesehen? Sein Garten ist direkt neben meinem. Ja, das stimmt. Also? Es stimmt aber auch, dass wir Herrn Bärchen schon sehr lange kennen. Du musst wirklich aufpassen, wenn du Leuten so etwas unterstellst. Das könnte nämlich ihre Gefühle verletzen. Ich würde nie jemandem wehtun wollen. Du hast ja recht, Emily. Herr Bärchen würde so etwas niemals tun. Was ist denn los, Fräulein Zitronella? Mama, Mama, meine Pfeilchen, es sind noch mehr weg. Gestohlen! Oh nein, das kann nicht sein. Ich war hier die ganze Zeit, aber kein Räuber weit und breit. Nun ja, wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich Diebstahl war. Wenn Herr Bärchen nichts gesehen hat, muss es eine andere Erklärung dafür geben. Hm. Ich kann Zitronella schon verstehen, Emily. Außer Herrn Bärchen war den ganzen Tag niemand bei den Blumen. Und er hat gesagt, ich wäre seine größte Konkurrenz. Vielleicht war das ja nur ein Kompliment. Er ist wirklich sehr nett. Wieso denkst du überhaupt, er würde deine Pfeilchen stehlen? Weil seine Rosen den Blumenwettkampf jedes Jahr gewinnen. Und er will ganz sicher gehen, dass sie das auch dieses Jahr tun. Hey, du, komm sofort wieder her, du kleiner Gauna. Oh, 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 oh. Oh, Zitronella, das Verschwinden deiner Pfeilchen tut mir so leid. Ich weiß, wie viel sie dir bedeuten. Und wie furchtbar es ist, so etwas Spezielles zu verlieren. Das ist lieb von dir. Aber du würdest dich auch miserabel fühlen, wenn dir jemand Diebstahl unterstellen würde. Ja, ich weiß, aber wieso ist er immer da? Ja, auch wenn sonst keiner da ist. Vielleicht ist er die ganze Zeit immer bei seinen Rosen, weil sie ihm einfach so viel bedeuten. Genauso viel wie deine Pfeilchen dir bedeuten. Du hast ja recht. Also bitte verurteile nicht vorschnell jemanden, bevor wir wissen, was wirklich passiert ist. Okay? Okay, Emily. Ich versuch's. Und in der Zwischenzeit hoffen wir, dass das, was mit deinen Blumen passiert ist, nicht noch einmal passiert. Oh, es kann doch nicht sein. Meine sind weg. Meine sind auch verschwunden. Wie konnte das nur? Wer war das? Genau wie Zitronellas Pfeilchen. Jedem von uns fehlen Blumen. Nein, nicht jedem. Herr Bärchen, fehlen dir auch welche? Das ist unglaublich, aber wahr. Denn wie ich sehe, sind meine Rosen ja noch alle da. Wer sollte es sonst gewesen sein? Wie muss der Dieb sein? Ich denke auch. Zitronella hat recht. Das ist ernst, Emily. Wirklich ernst. Oh. Jetzt ist es passiert. Oh weh, oh weh. Ich kann's nicht verwenden. Meine allerschönsten Rosen sind einfach verschwunden. Ich kann sie nicht finden. Oh. Oh, Herr Bärchen. Es tut mir so, so, so leid. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Was machen wir denn jetzt? Das Blumenfest ist doch schon in zwei Tagen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, Prinzessin. Okay, Leute. Was habt ihr entdecken können? Also, wenn man bedenkt, wie viele Blumen fehlen, muss der, der sie mitgenommen hat... Falls sie jemand mitgenommen hat. Okay, falls sie jemand mitgenommen hat, muss dieser jemand entweder sehr groß gewesen sein oder es sind viele gewesen. Aber wir haben keine Fußspuren gesehen. Ja, keine außer uns von eigenen. Also, das ist unheimlich. Vielleicht ist der Dieb ja geflogen. Könnte sein. Inzwischen kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Wo wart ihr in der Nacht, in der diese schrecklichen Dinge passiert sind? Ich hab geschlafen. Ich auch. Oh, geschlafen, hm? Das kommt mir doch sehr verdächtig vor. Äh, Zitronella? Sie schlafen nachts immer. Oh. Äh, tut mir leid. Äh, tut mir leid. Pfeilchen-Blütensalat, hm? Hallo, Fräulein Zitronella. Ja, das ist meine Lieblingsspeise. Meine wertvollen Pfeilchen. Mittagessen. Herr Raupelius, wie konnten Sie nur... Oh, aber das sind doch nicht Ihre Pfeilchen. Ich hab sie gehakt und gepflegt und mich wochenlang um sie... Sind sie nicht? Oh nein, ich züchte meine eigenen. Nur leider sind sie nicht schön genug für das Blumenfest, aber genau richtig zum Essen. Oh, äh, äh, entschuldigen Sie bitte, Herr Raupelius. Emily, weißt du, ich fühle mich immer noch schlecht, weil ich Herrn Raupelius' Gefühle verletzt habe. Und das, obwohl du mich gewarnt hast. Manchmal ist es echt schwer, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Das mache ich nicht nochmal. Erst will ich Beweise. Und genau die suchen wir jetzt. Japp, bereit zum Fang den Diebcamping. Das wird sicher so unheimlich. Ich kann's kaum erwarten. Ich kann's kaum erwarten. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Wir haben ihn. Plätzchen ist der Dieb. Es sind immer die Niedlichen. Sehr lustig. Aber er ist viel zu klein, um der Dieb zu sein. Und er ist viel zu freundlich. Na los, wollen wir uns nicht die Bilder angucken? Oh, das ist ja schön. Das ist dir gut gelungen. Oje, wie sehe ich denn aus? Ich sehe auch nicht besser aus. Hey, Zitronella, auf diesem Foto sehen deine Feilchen echt super aus. Wirklich gut gelungen, Emily. Dankeschön. Hey, Mädels, kommt mal alle her. Seht euch das an. Oh, wow. Was ist das nur? Ich weiß auch nicht. Aber was auch immer es war, wenn wir den Winkel des Fotos beachten, dann war es genau dort. Los, komm mit. Du willst es doch auch sehen, oder? Äh, ähm, klar. Scheiße laufen. Sei still. Vorsichtig. Kannst du es sehen? Ja, da ist es. Oh, vielleicht sollten wir lieber wegrennen. Habt doch keine Angst. Wir sind zu sechs, aber es ist allein. Ja, aber fünf von uns sind starr vor Schreck. Ich hab Prinzessin Bärchen gesagt, wir gehen der Sache auf den Grund. Und das werden wir auch tun. Und zwar jetzt. Das sind nur Schatten. Aber klar. Das ist, als ob wir glauben, Tiere in den Wolken zu sehen. Und, ähm, was machen wir jetzt? Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Du kommst mit zu mir nach Hause. Dort bist du sicher. Oh, gib das Pfeilchen zurück. Was? Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Mann. Oh. Oh. Wenigstens war es nicht noch ein Blumendiebstahl. Lasst uns doch. Nächstes Jahr lieber ein Kirsch. Dramikfest veranstalten. Leute, ich schwöre euch, da war etwas unter der Erde. Alles ging hoch und runter zur Seite und vor wurde durchgeschüttelt. Es war wie das Ende der Welt. Das Ende der Welt? Nein, nicht das Ende der Welt. Also fast das Ende der Welt? Nein. Dann der Tag vor dem Ende der Welt, wenn alles Leben, so wie wir es kennen, beginnt zu verschwinden. Trimely. Hä? Tritt ihr? Was? Ruhig. Beruhigt euch doch bitte. Da ist wirklich was unter der Erde. Es kommt von da hinten. Da ist doch unser Garten. Folgt mir. Seht nur, jetzt fehlen noch mehr von Herrn Bärchens Rosen. Oh, er wird so betrübt sein. Von meinen Blumen hier fehlen auch drei Stück. Und bei mir sind es zwei. Zum Glück habe ich mein schönstes Feilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch vier Feilchen übrig. Ich kann mich ja irren. Aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh. Habt ihr das gesehen? Wie konnte? Was ist da? Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau. Sie werden reingerissen. Haltet sie fest. Hau ruf. Ah. Seht doch. Wow. Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe. Und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wie oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon. Wir sind doch alle bei dir. Ja. Was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Äh, wie wäre es mit... annähernd alles? Zitronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily. Wenn du das sagst. Mo... Monster? Monster? Oh, wieso hast du das gesagt? Denkst du, es hat einen Kopf oder zwei? Hört sich eher nach drei oder vier an Das kann nicht sein Ist es grauenvoll? Oder richtig grauenvoll? Oder richtig, richtig grauenvoll? Es ist richtig, richtig süß Hey kleiner Kerl, hast du Angst vor uns? Wir werden dir nichts tun Oh, hast du etwa Hunger? Los, wir helfen ihm Lasst uns eine Pyramide bauen Das ist eine tolle Idee Autsch, oh Helft ihr mir mal? Gib mir deine Hand Genau so geht Wir haben es geschafft Ich denke, wir haben den Dieb Ich glaube, da hast du recht Nun, Zitronella, deine Feilchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist Wartet Er ist ja ganz niedlich Aber was sagen wir Prinzessin Bärchen Mit dem Nager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee Liebhaber Zitronella, du bist die Beste. Aber es ist doch schade, dass du jetzt keine Feilchen mehr für den Wettkampf übrig hast. Ja, das ist wirklich schade. Kann ich dir vielleicht helfen, Herr Bärchen? Hallo Zitronella, vielen Dank. Herr Bärchen, ich wollte mich noch entschuldigen, weil... Naja, ich dachte, dass du meine Feilchen gestohlen hast, weil du doch gewinnen wolltest. Oh, Kindchen! In meinem Herzen? Ach, da wusste ich, dass du es nicht warst, aber ich habe es trotzdem geglaubt, anstatt die Wahrheit herauszufinden. Kannst du mir das verzeihen? Aber natürlich, meine Liebe, weißt du, ich will ja wirklich gewinnen. Doch es würde keinen Spaß machen, wenn ich gegen niemanden antreten müsste. Ich hörte, dass du die Blumen, die du am liebsten hattest, aufgabst und damit meine und alle anderen gerettet hast. Danke und viel Glück. Ich hoffe, du gewinnst. Dankeschön, Zitronella. Und der zweite Platz geht an Herrn Bärchen für seine lieblichen Rosen. Nur zweite? Er hat nicht den ersten Platz? Das glaube ich nicht. Ich finde seine Rosen am allerschönsten. Und nun? Der erste Platz für die wirklich allerschönsten Blumen in Bitsi Bärchenhausen. Der erste Platz geht an... Zitronella Bézé! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Deine Feilchen haben den Sieg wirklich und wahrhaftig verdient. Aber ich habe doch gar keine Blume eingereicht. Das hat Emily für dich getan. Oh! Dankeschön, Emily! Das habe ich bärig gern gemacht. Aber es war eigentlich Herr Bärchens Idee. Nein! Dankeschön! Danke,안�uerdo. Tschüss! Danke, Mann! Danke schön!